Für Ruhm und Ehre. Habt ein gutes Auge und eine ruhige Hand. Räumt das weg. Danach das Stadtzentrum und dann drücken wir hier vor. Lassen die... Dann füllen wir uns hier vorne wieder. Füllen unsere Schwerter wieder auf, die gute Arbeit geleistet haben. Schützen brauchen einen neuen Trupp. Den können wir von hier aus schon mal bestellen, bis der oben ankommt. An sich bin ich sehr erschrocken darüber, dass wir überhaupt Schützen behalten. Dass unsere Schützen nicht draufgegangen sind bei der ganzen Aktion. Also unsere Schwerter. So schwer, dass wir keinen Schwertkämpfertrupp verloren haben. Vorwärts. Ja, das war klar, dass ihr das tun würdet. Jetzt rücken wir in der geschlossenen Front wieder vor. Und da könnt ihr nichts gegen tun. Also können wir die Leib eigentlich alle loswerden. Ich frage mich, ob wir die ganzen Ressourcen bekommen werden, die Erik angesammelt hatte. Gehen, da möchte ich im Leben halten. Biest. Wörter und Helden bricht nach der Oben hindurch. Schützen räumt die Reste auf. Von hier hinten aus bewegt sich noch was. Wo kommen die ganzen Leib eigentlich hier eigentlich? Ja, Drake hebt mal Yuki auf. Die liegt da so unnötig rum. Die Schwerter ist überstanden haben. Die haben es ja durchgeschnitten. Nein. Was meint ihr, was ihr da treibt? Wieso bist du noch hier? Nach oben mit dir. Nein, Leute, Position halten. Zügelt eure Kriegsverbrechen. An sich ist insgesamt einfach nur, wie sauber wir die Stadt durchgekommen sind. Aber wirklich nicht zu sauber. Das Dostum ist ja weggegangen worden. Den dürfen wir nicht übernehmen, den Platz. Weil er wieder mitgelöscht wurde. Nichts wird einem mein Leben auch gegönnt. Seien sie noch Scharf schützen? Und könnte es sein, dass hier noch eine Kaserne steht? Kann sehr gut sein, dass wir da eine Kaserne... Ja, ich glaube, wir hatten hier noch eine Kaserne stehen oder sowas in der Art. Hinten? Leute. Nicht den Bauernhof, sondern die Schützen davor dem Bauernhof. Einiges gefährlicher. Tatsache, die Garnison ist noch da. Ich hatte ganz vergessen, dass wir eine reinge... Hatten wir die da reingequetscht bekommen, oder? Ich glaube schon. Das sieht nicht so nach meiner Handschrift aus, aber sicher bin ich mir nicht. Es ist eine Weile her. Kann sein, dass wir die reingequetscht bekommen hatten, aber sicher bin ich mir nicht. So, Helden. Wir können mit letzten Pyramiden runterstürmen. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Bau. Das ist lustig. Sehr lustig von euch. Nur Mut. Wir werden siegen. Gerne. Ach, Schwerter. Halt. Ihr werdet angegriffen. Wo kommst du schon wieder her? Macht sie nieder. Attacke. Ja, macht sie nieder. Attacke. Ich tue mein Bestes. Für Ruhm und Schüttel. Den Schützen, bitte. Leert sie das Fürchten. Nur Mut. Recht halten. Wir werden siegen. Feindliche Truppen. Später vorwärts. Wie ihr befehlt. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Attacke. Ja, Herr. Bis in den Tod. Der Schließplatz kann jetzt hier oben reingesetzt werden. Und da wir ein bisschen Platz gefunden haben. Der vorher natürlich da war. Oder nicht, dass durch das Zerstören eines Wohnhauses freigeräumt wurde. Entschuldigt mich. Lasst ihr das wohl. Ihr unhöflicher Abschaum. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Angriff. Ja, Herr. Ja, mein Herr. Bewacht das Gebiet. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Wir kümmern uns darum. Das kann ich. Die Schwerter haben wirklich die ganze Arbeit geleistet. Bei der ganzen Invasion. Wird gemacht. Ja, mein Herr. Ich könnte schwören, ich hab gerade eine Elfe gesehen. Einmal alles voll machen. Bevor wir dann weiter zum letzten Ausposten hier marschieren. Bevor wir dann irgendwann so Kadas Pyramide selbst müssen. Die Jungs und ich heute Abend frei. Das kann ich. Ja, Herr. Wie ihr wünscht. Euer Wunsch ist mir befehlt. Wie ihr befehlt. Oran. Ja. Lass mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Seid unbesorgt. Mit dem größten Vergnügen. Bezahle ich den Preis für meine eigene Bereitschaft, immer Resonanz bereitzustellen. Auf in den Kampf. Bin schon dabei. Mit dem größten Vergnügen. Weil ich immer so viele vorgeschrumpene Positionen haben muss. Gerl. Wird gemacht. Ich tue mein Bestes. Auf in den Kampf. Euer Wunsch ist mir befehlen. Haltet die Augen offen. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ihr werdet angegriffen. Da ist der Schießplatz. Mach den weg. Wärter. Vorwärts. Schützen. Mitkommen. Natürlich haben wir wieder jemanden dabei verloren. Weg den, da möchte ich gar nicht sehen. Und soll werden bezahlt. Auf in den Kampf. Ergreifen Sie. Kümmern wir euch da drum. Kürzen. Kümmern wir euch da drum. Jawohl. Seid unbesorgt. Der Ruhstoff in eine eurer Eisenschächte. Speichern. Bevor das Spiel wieder entscheidet, ohne jeden Grund abzustürzen, speichern wir. Wir haben unsere Lektion bitterlich gelernt. Ja, sofort. Macht Sie nieder. Nur Mut. Wir werden siegen, wie ihr wünscht. Nicht angreifen. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Okay. Ja, ja. Wir kümmern uns darum. Ja, Herr. Sagt mir Spiel, müssen wir hier alles auslöschen? Wird gemacht. Oder müssen wir einfach nur ein bisschen zu der Höhle da oben kommen, wo Erik reingerannt ist? Wie ihr befehlt. Denn ich möchte jetzt nicht zwangsläufig die ganze Stadt hier löschen. Die haben wir gebaut. Trotz allem. Wir kümmern uns darum. Regen meine Jungs und ich heute Abend. Wenn es dann letzten Endes sich rausstellt, dass es passieren muss, muss es passieren, nicht wahr? Jawohl. Ja, natürlich. Freilich. Jawohl. Okay. Verstehe. Schleif die Stadt. Männer, wir gehen auf Patrouille. Einmal komplett schleifen. Haltet die Augen offen. Es ist Zahltag. Sicher. Dann ist dem so. Haltet die Augen offen. Bewacht das Gebiet. Haltet die Augen offen. Ja, mein Herr. Wie ihr befehlt. Bin schon dabei. Gerne. Sicher. Wenn das ist, was verlangt wird, ist das, was verlangt wird. Haltet die Augen offen. Im Übrigen bin ich der Ansicht, dass Kartago vernichtet werden muss. Ergreift sie. Warum bleiben einige von euch eigentlich immer stehen, Leute? Ihr habt spezifische Aufträge und sie bedeuten, tut, was ich euch sage. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Gerne. Ja. Ja. Jawohl. Gerne. So. Wird mir schon ein bisschen weh, aber ehrlich gesagt, sei es drum. Die waren sowieso alle böse, ganz bestimmt. Die haben Freiheit gehasst. Und wir wissen, wie wir mit Leuten umspringen, die Freiheit hassen. Bewacht das Gebiet. Kein Problem. Jupp. Ah. So. Was weg. Wir werden siegen. Ja, mein Herr. So farb. Hier wird noch ein Turm stehen. Ergreift sie. Macht sie nieder. Zahltag. Einmal bis unten hindurch reißen. Lass nichts stehen. Jetzt können ihr Zeichen verhindern. Kein Stein auf dem anderen. Macht sie nieder. Für Ruhm und Ehre. Ist schon ein bisschen traurig, wenn einfach nichts mehr übrig ist. Auf in den Kampf. So seid ihr noch da hinten. Bis in den Tod. Ja genau, das Dorfzentrum. Können wir das zumindest haben? Da wäre ich sehr glücklich drüber, wenn wir das hier haben dürften. Steuern und Sold werden gezahlt. Oh, dieses Tor ist offen. Das Dorfzentrum dürfen wir übrigens nicht haben, wenn wir festgestellt haben. So. Das war alles, von dem ich weiß. Wir haben nichts stehen gelassen. Jawohl. Euer Wunsch ist mir befehlen. Wie ihr befehlt. Was jetzt? Sicher. Natürlich. Ja. Mit dem größten Vergnügen. Das mache ich. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold. Steht Müll vielleicht noch irgendwo auf ihrer Pyramide und kann da runtergeschossen werden? Gerne. Ja. Jawohl. Scheine eigentlich mehr da zu sein. Mit dem größten Vergnügen. Ja. Mit dem größten Vergnügen. Wird gemacht. Wir gehen jetzt mal eine Kanone. Die hat eine höhere Sichtweite. Ja. Aber auch keine so hohe Sichtweite. Ja. Jetzt? Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Jawohl. Yep. Ja. Natürlich. Mit dem größten Vergnügen. Bin schon dabei. Natürlich. Mit dem größten Vergnügen. Ja. Ich bin schon unterwegs. Sicher. Gehst du wohl dahin. Jawohl. Yep. Natürlich. Ja. Bin schon dabei. Hm. Nun. Ach ja genau. Die haben wir gar nicht ausgebaut. In diesem Stand. Hoppla. Wir sollten nochmal speichern. Kommen wir jetzt. Weiter. Es gibt auch zwei Abschnitte. Die wir nicht besiedelt haben. Nennen wir es mal. Spezifisch den hier hinten. Und. Können wir das Tor einfach von der anderen Seite öffnen. Ist jetzt einfach machbar. mit dem größten Vergnügen. Ari hängt aber auch die ganze Zeit hinterher. Jawohl. Sicher. Sicher. Vielleicht ist es doch gar nicht so einfach in Stöckelstiefeln hier durch das Terrat zu stolzieren. Nicht wahr? Meine Güte. Stotter ich mir einen zusammen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Säuze. Fläche entlang. Mit dem größten Vergnügen. Ja. Ja. Natürlich. Sicher. Sicher. Mit dem größten Vergnügen. Mit dem größten Vergnügen. Ah. Und. Die Hütte des Magiers war da drüben. Gibt es hier oben noch irgendwelche Sachen? Natürlich. Ja. Sicher. Jawohl. Sicher. Denn die Hütte des Magiers war hier drüben. Um zu dem hinzukommen. Aber dafür haben wir dieses Tor theoretisch. Zeitag. Ich. Bin mir nicht vollends sicher. Wie es weitergehen soll. Alles liegt in Trümmern. Nichts wurde stehen gelassen. Natürlich. Aber gern. Sie scheppert. Oh. Das hat einfach komplett ausgelöscht. Hat da noch was. Trinkes. Ich hab getan was ihr wolltet. Ja. Ein Stück Mauer. Lustig. Macht aber eigentlich gar nichts aus. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ja. Gerne. Ja. Mit dem größten Vergnügen. Bin schon dabei. Ja. Ja. Sicher. Oh da ist Murray. Hört sich einfach erschienen. Wie ihr wünscht. Da hat sie sich versteckt. Ja. Gut. Ja. Stellen wir sie. Ha. Wen sehe ich denn da? Die Mörder meines Vaters laufen mir direkt in die Arme. Da schaust du was? Ein Verräter wie dein Vater. Einer war. Der muss beschraft werden. Von dir wollen wir nichts. Wir wollen nur zum Magier. Nichts da. Nichts da. Bis hier und nicht weiter. Ihr werdet für den Frevel an meinem Vater bezahlen. Du und welche Armee? Na na na. Sei nicht so vorlaut. Bis jetzt hast du nur Prügel bezogen. Wenn du Streit mit uns gesucht hast. Das war einmal. Ich habe inzwischen neue Zaubersprüche von Carla gelernt. Nun könnt ihr mir nichts mehr anhaben. Du werft sie mit Käse. Mal schauen was passiert. Jetzt ist Schluss mit lustig. Ich rufe die Soldaten. Welche? Zerstören die Höllen. Sonst werden die Feinde stärker. Köln-Maschinen bezahlen ihre Steuern. Natürlich hat sie da sowas. Sofern die Feinderspiele nicht abstürzt, wenn man die Feinde respawn. Darauf da. Erschießt die. Die tun mir ein bisschen weh. Es wird noch weitere geben. Ich weiß noch nicht ganz genau wo. Wo kommt ihr denn schon wieder her? Wo ist eure Maschine? Schützen haben wir es eigentlich ganz gut im Griff. Schicken wir die Schwertkämpfer, um sich darum zu kümmern, die Maschinen loszuwerden. Wir haben eine gute Position, die wir halten können. Wo kommen die her? Oh da. Da kommen die her. Meint ihr, der beste Tum schafft das? Ist ja schon lustig. Kämpft da oben. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ergreift sie. Nur Mut. Wir werden siegen. Der Fall attackiert eure Siegung. Hähnys? 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 Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elf. Keine Maschine hier drin. Dort oben im Baum. Wird gemacht. Nur Mut. Wir werden... Eine wunderbare Gelegenheit, Sterne von Soldaten zu sammeln. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elf. Auf die Wampfmaschine. Dort oben im Baum. Wir sind schon so lustig. Attacke. Na gut, Schwerter. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Macht euch frisch, geht da runter. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Die Schwerte haben die Aufgabe, es um die Maschinen zu kümmern. Nicht unbedingt um die hier. Die ist ganz gut im Griff. Sie schüvern. Wird gemacht. Ja, mein Herr. Ja. Wie ihr... So, wir wissen, dass schwere Reiterei hier noch rumsteht. Lassen wir die Schwerte hier wüten und benutzen die Schützen, statt dass wir die Maschinen. Ich schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Ausbau fertig. Attacke. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Das ist einfach nur frech. Dort oben im Baum. Helden mitgehen. Wir haben schwere Reiterei da unten und mit der müssen wir aufpassen. Ich würde nämlich so kurz im Prozess mit unseren Schwertkämpfern machen, wie wir nicht gucken können. Macht sie nieder. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Jawohl. Jawohl. Jetzt knallt es. Jawohl. Macht sie nieder. Der ist aus dem Weg. Attacke. Angriff. Könnten die bitte loswerden. So soll es sein. Ergreift sie. den lassen wir stehen wir gehen hier unten den weg weiter entlang da ist dampfmaschine wo sind die dinge alle hier oben haben die schwert einfach ein bisschen party ok das waren sie alle sieh dich vor mary hat carl zuhelfe gerufen vernichte carl aus höllenmaschinen ok gut wer da gut dass ihr da in der guten position seit rechnung steuern und sollt werden gezahlt natürlich schießt den kollegen da hinten mal ganz kurz er beleidigt mich mit seiner existenz passt auf ihr da hinten ja mein herr zieht euch zu den türmen zurück wir kümmern uns darum opo 9 ihr wisst was zu tun ist setzte mal ein paar türme hin ich könnte schwören ich habe gerade eine elfe gesehen dort oben im baum lasst mich bitte meine arbeit machen ich mach das schon lehrt sie das fürchten opo 0 schießplatz hier vorne wir kümmern uns darum ihr werdet angegriffen wie soll ich mich oh je das ist eine ganze menge abschaum hier haben wir schwerter verloren über das neben folg involviert es hört es auf den schwertern wie spaß zu sein zurück ich könnte schwören ich habe gerade jetzt da sind bären menschen pilgern kann ja einmal ganz kurz ein bisschen lustig sein jetzt könnt ihr zeigen was ihr gelernt habt sofort seid unbesorgt wie soll ich mich konzentrieren wenn ihr mich kitzelt angriff pilgrim ist am ende seine kräfte und sang zu boden lehrt sie das fürchten gerne jawohl ihr werdet sicher treffen eure arbeiter bezahlen ihre steuern regen meine jungs und ich heute abend frei so schwerter leiden jetzt gerade ganz schön hart wochen mehr türmer liegt bewusstlos auf dem schlacht was tun meine ich kann mich wirklich von den truppen da tun so sie zurück frisch sich auf vor allem die truppen wollen sich hier sammeln das ist gut setzt ein turm in der in der lage ist da drauf nein schwertkampf ist gestorben sein muss ich könnte schwören ich habe gerade eine elfe gesehen dort oben im baum nein so der turm kann unter die position hier beschießen dann geht das schon klar lehrt sie das fürchten vor 0 vielleicht das spiel für euch jetzt da ein turm in der da auf das neberfock schießen kann das gebäude ist ausgebaut fokussiert ihn dann bitte runter wir müssen gerade ein bisschen sammeln bevor wir dann vollständigen gegenschlag ausholen möchten lasst mich bitte meine arbeit machen ich mach das schon so so wir können die tür noch mehr schießen nicht dass wenn die feinde angekommen sind ich tue mein bestes eure arbeiter bezahlen ihre steuern lasst mich bitte meine arbeit machen ich mach das schon ausbau abgeschlossen so ihr könnt euch dann das tor hinten schmeißen die feinde einfach nicht durchlassen vielleicht mehr soldaten da rein also können die schützen noch darauf nach den vorrücken und dann ist das gut geht da hoch kommen wir euch da drum schützen rückt nach hier vor das ist ja einfach nicht dieses tor durch der feind wehrt sich nicht so lange nicht dieses tor durch ist und noch ein turm so wird die schützen die position hier eingenommen und damit sie die stelle hier verstärkt haben rücken wir einfach vor die schützen verstopfen dann den gang hier und werter ich kann sich um die maschinen kümmern ich habe gerade eine elfe gesehen dort oben im baum attacke ausbau abgeschlossen quick safe nicht dass irgendwas abstürzen kann da drauf bitte bis schon auf die fernen kämpfer die tatsächlich gefährlich sind und das spiel ist abgestürzt als hätte ich es irgendwie kommen sehen nicht wahr sieht am guten zeitpunkt für eine aufnahmepause aus nicht wahr diesmal habe ich einen voraus gespeichert insofern liebe gemeinde vielen dank fürs zuschauen ihr wisst ja wir sehen uns in der nächsten folge wieder wenn ich dann herausfinden darf warum das schon wieder abgestürzt ist bis dahin vielen dank fürs zuschauen und Ja, wir sind auch.